Hallo, ich bin Louis und Claude. Ja, wo kennst du da eigentlich? Hier? Sön von Dickrisch. Ah ok, ich schenke dir einen Kaffee. Schönen guten Abend. Guten Abend. Von der Schrift. Von der Schrift. Willst du schon noch etwas trinken? Ah, schon eine Cola. Eine Cola, ja. Für mich ist das von der Schrift. Sehr cool, ok. Merci vielmals. Was geht jetzt heute denn dann? Du siehst zu mir, du weißt, ob du da abgestanden hast. Lass jetzt du Heimat der Pahoe an der Bitch am Kaffee. Hallo, Mausi. Ganz gemittlich mal ihn zu trinken. Hallo, Mausi. Hi. Oh, Merde. Mausi! Ja. Hi, wir haben... Ah.